Was ist ein aufsteigendes Aortenaneurysma? Ein ansteigendes Aortenaneurysma ist eine abnormale Erweiterung oder Schwellung des Teils der Aorta im menschlichen Herzen, die als ansteigende Aorta bekannt ist. Ein Aneurysma entsteht durch eine Schwächerung der Wände der Aorta, der größten Arterie des Körpers. Der Teil, der durch die Brust geht, ist als Brust-Aorta bekannt und enthält die aufsteigende Aorta. Die aufsteigende Aorta beginnt am linken Ventrikel des Herzens und reicht bis zum Aortenbogen oder der Biegung der Aorta. Der Teil der Aorta jenseits des Aortenbogens, aber noch innerhalb der Brusthöhle, wird als absteigende Aorta bezeichnet. Die Aorta ist ein kontinuierliches Blutgefäß und ihre Funktion besteht darin, dem Körper sauberes, mit Sauerstoff angereichertes Blut zuzuführen. Die Fasern, aus denen die aufsteigende Aorta besteht, haben eine elastische Natur, die es der Aorta ermöglicht, sich leicht auszudehnen, wenn Blut aus dem Herzen gepumpt wird. Ein ansteigendes Aortenaneurysma tritt gewöhnlich auf, wenn die Fasern ihre Elastizität verlieren oder wenn die Fasern oder die Aortenwand aushärten. Eine weitere Ursache für ein aufsteigendes Aortenaneurysma ist die Aortendesektion, bei der sich die innere und die mittlere Schicht der Aortenwand voneinander trennen. Eine Vielzahl von Infektionen und genetischen Störungen kann zur Entwicklung aufsteigender Aortenaneurysmen führen, ebenso wie Lebensstilprobleme wie Rauchen, Bluthochdruck und hoher Kohlesterinspiegel. Ein Aortenaneurysma muss medizinisch behandelt werden, da es sich um eine schwerwiegende und möglicherweise lebensbedrohliche Erkrankung handelt. Das Hauptproblem bei der Früherkennung des Vorhandenseins eines Aneurysmas besteht darin, dass es nur sehr wenige Symptome gibt. Wenn sich das Aneurysma nicht schnell ausdehnt, beginnt es zu lecken, oder die Aortenklappe wird leck, und es treten häufig keine Symptome auf. Durch schnelles Wachstum oder Auslaufen kann der Patient Schmerzen im oberen Rückenbereich oder Schmerzen um das Zwerchfell und Atemnot erleiden. Bei einem großen Aneurysma kann ein Patient Schluckbeschwerden und Heiserkeit verspüren. Bis zu 40% der Aortenaneurysmen werden durch Echokardiogramme, computergestützte Thorax-Tomografien und Thorax-Röntgenaufnahmen aus nicht zusammenhängenden Gründen erkannt. Sobald ein aufsteigendes Aortenanurysma erkannt wird, werden Wachstum und Größe genau überwacht. Falls erforderlich, wird eine Operation durchgeführt, um das Stück der Aorta, das das Aneurysma enthält, zu entfernen und durch synthetisches Material zu ersetzen. Ab 2010 gibt es keine Medikamente mehr, um ein Aneurysma zu verkleinern oder sein Wachstum zu stoppen. Positive Veränderungen im Lebensstil sind jedoch wichtig für die Kontrolle und das Management der Erkrankung. Raucherentwöhnung, eine gesunde Ernährung und eine Senkung des Kohlesterinspiegels sind wichtig für ein aufsteigendes Aortenanurysma-Management. Bildung des Kohlesterinspiegels